Mach dieses Nether-Portal auf keinen Fall an, denn dieses Portal ist den alten Rune-Portals extrem ähnlich und wird deine Welt verschlingen, wenn du nicht aufpasst. Aber lass uns eine Abmachung machen. Du folgst mir und ich zeig dir, was passiert, wenn du dieses Portal anmachst, okay? Bereit? Drei, zwei, eins. Das Portal verschlingt langsam aber sicher deine komplette Minecraft-Welt, kann aber mit vier Kohleblöcken aufgehalten werden.